Und es ist still geworden. Sehr still geworden. Schweres Atmen. Ich nehme an, hier geht es nicht weiter. Ich nehme an, hier geht es weiter. Aber andererseits möchte ich doch viel lieber nach Hause gehen und eine Serie gucken vielleicht. Vielleicht läuft da Scrubs oder Tone Halfman. Das wäre doch viel besser, als hier auf Kartorga festzusitzen. Mit selbst schließenden Türen. Nja. So, Hüpfaktionen werden wie immer nicht belohnt. Und es ist so ruhig, dass ich einfach nur auf einen Schreckmoment warte. So, na junger Mann. Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Denn ich hoffe, das reicht Ihnen schon. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss der so braucht. Auf jeden Fall hat es gereicht. Äh, das sieht nicht gesund aus. Oh, da wären wir ja fast, äh... Ein wenig eingemanscht wurden. Ach, das sieht aber auch schön aus hier. Schön dekoriert. Da war bestimmt die Tide Wittler unterwegs und hat mich ja mal ein bisschen aufgeräumt. Schöne Deko einfach. Ja, und das Rot, das kombiniert sich auch so schön mit den Vorhängen. Das hat so was gewiss Sattes einfach. Ja, Rot ist immer eine schöne Farbe. Gut, wir müssen also eh auf das andere Ding hier hochzukommen. Bringt uns gar nichts. Also, tun wir mal folgendes. Was ist schon wieder so still? Ich hasse es, wenn es so still wird. Den still reimt sich auf Kill. Hau, 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 kung fu. So. Da sind wir wieder im Dekohausen hier. Hier sieht es aus, als könnte man sich frisch machen. Und ein ZMG-Entwurf. Entdeckt, verbannt. Erste Hilfe-Päckchen heilen Sie schneller, wenn nicht im Sprint. Ich hab mich noch nie im Sprint geheilt. Da müsste ich ja Verrenkungen machen. Diese Tür schließt sich bestimmt wieder. Also, gucken wir doch erst mal. Hier geht es auch nur wieder nach Dekohausen. Also. Truff gescheißt und in sauren Apfeln gebeißt. Wie wir Hobby-Bayern sagen. Ja. Ja. Tja, nicht wirklich. Raus aus den Kartoffeln, rin in den Kartoffeln. Das war, glaube ich, echt mal so ein Spruch. Die Sicherheitsabriegelung ging schnell vonstatten. Es waren noch einige Leute drin. Weiß Gott, was das Gas aus ihnen gemacht hat. Und das werden wir bestimmt gleich erfahren. Wäre ja auch zu schön, wenn es mal einfach wäre. Sieht ein bisschen aus wie der legendäre Döner-Mann. Das ist doch wieder so ein scheiß Wiederkehrer. Mehr ist das doch nicht. Hallo, ich mach Geräusche. Hallo, blöder Wiederkehrer. Ich mach Geräusche. Ja gut, dann snack du mal eine Runde. Wenn es hier also wiederkehrt... Suchen Sie sich lieber eine Gasmaske, mein Freund. Finden Sie eine Gas... Da war doch eine Gasmaske, mein Freund. Okay. Hm. Alles ist kaputt, aber die Waffenschränke, die funktionieren wie eh und je. Vielleicht keine gute Idee, hier unten rumzuschießen. Ich flehe Sie an, hören Sie auf. I beg of you, stop. Wartungs-Team bei Kühlstation 6 melde. Ach, ich hab Mitleid, ich hab Mitleid. Ich mein, die ganzen Kalorien gehen doch voll auf die Hüften. Ist doch kein Leben. So eine Gasmaske. Ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt viel besser fühle. Und Seeker-Munition zu finden, steigert auch nicht unbedingt die Laune. Aber gut. Und... Und... Da unten wartet schon was. Hallöchen. Ich wollte mich mal persönlich vorstellen. Ach kacke, jetzt hat man doch nur begrenzte Luft, sehe ich da oben gerade. Kommen wir da rein? Durch irgend so ein Gitter? Ja, natürlich sind die hier. Wo sollen die denn auch sonst sein? Damageffs Männer sind ja überall. Die kleinen Zauberer. Oh.